Servus aus dem Bayerischen Landtag, wo heute ein ganz besonderer Tag für unsere Freiwähler-Regierungsfraktion ist. Deshalb, weil wir internationale Gäste haben, eine Delegation der kenianischen Regierung ist bei uns zu Gast. Deshalb, weil die Stadt Gersthofen bei uns in Bayern die erste Klimapartnerschaft einer bayerischen Kommune mit dem afrikanischen Kontinent auf den Weg gebracht haben und unsere Regierungsfraktion der Freien Wähler unterstützt dieses Projekt seit langer Zeit. Wir haben es finanziell über Haushaltsanträge unterstützt und pflegen jetzt seit vielen Jahren eine intensive Partnerschaft mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus dem Parlament in Nairobi. Und heute sind sie zu uns gekommen, zu einer gemeinsamen Arbeitstagung. Es wird um Wirtschaftspolitik, gemeinsame Vorstöße im Bereich des Wasserstoffs gehen. Wir reden über Bildungspolitik, die duale Ausbildung als bayerischer Exportschlager und über unsere Zusammenarbeit in die Zukunft gerichtet neben mir steht. Und ich heiße ihn ganz herzlich willkommen. Mein parlamentarischer Freund, Kollege aus dem Parlament in Nairobi, Joshua Kendi. Er ist dort der Vorsitzende des Haushaltsausschusses. Und ich freue mich sehr, dass wir uns heute wieder in München sehen. Joshua, herzlich willkommen. Und was sind deine Erwartungshaltungen an unser heutiges Treffen? Vielen Dank, mein Freund Fabian. Ich bin sehr glücklich, dass wir hier heute sind mit einer großen Delegation auch von Kenia. Also ich will vor allem zuerst mich bedanken bei Ihnen für die Untersuchung, die wir schon mehrere Jahre schon bekommen haben. Und außerdem, ich will noch einmal mich bedanken. Wir haben sehr, sehr viele Sachen seit drei Tagen jetzt, dass wir zusammenarbeiten hier in Bayern. Vielen Dank nicht nur für den Besuch, lieber Joshua, sondern auch für die wunderbare Zusammenarbeit, sowohl menschlich als auch politisch. Und jetzt würde ich sagen, beginnen wir zu arbeiten, gehen wir in die Arbeitstagung und denken uns neue Projekte für die gemeinsame Zukunft, für unsere Zusammenarbeit zwischen Bayern und Kenia aus. Und was dabei rausgekommen ist, das wird dann in den nächsten Tagen auch auf diesen Kanälen zu verfolgen sein.